Solltest du auf deine Gefühle vertrauen und versuchen herauszufinden, was dein Körper dir vielleicht mit Symptomen sagen möchte, warum das keine gute Idee ist, das erzähle ich dir in diesem Beitrag. Schauen wir uns zuerst den Körper an. Der ist ein Konstrukt, quasi eine Maschine, der unter bestimmten Voraussetzungen besser oder auch schlechter funktioniert und dabei auch natürlich Symptome machen kann. Aber unser Kopf verfügt in dem Sinne, oder auch unser Körper, über kein eigenes Bewusstsein, über eine eigene Identität, die sich von unserer in dem Sinne noch mal abspalten würde. Und das bedeutet, dass dein Körper keine eigene Identität besitzt, um dir intentional irgendetwas mitzuteilen. Was du aber machen kannst, ist versuchen zu verstehen, mit welchen Dingen dein Körper eine Art Reibungswärme bei einem Betrieb entsprechend auch äußern kann und diese Phänomene oder Symptome sinnvoll für dich zu interpretieren zu lernen. Heißt, eigentlich egal, was bei dir passiert, dein Körper möchte dir damit nichts sagen. Du brauchst ihm auch nicht zu vertrauen. Der macht nämlich sein Ding autark, ob du ihm vertraust oder nicht. Und bei der Frage, ob du deinen Gefühlen vertrauen solltest, sollten wir uns den Weg anschauen, wie Gefühle in deinem Leben entstehen. Die meisten der Dinge, die wir als Gefühle, Emotionen oder Wahrnehmungen für uns so verstehen, bauen letztlich auf mentalen Prozessen auf, also auf Gedanken, die wir erleben. Und die Gedanken, die wir erleben, sind ja zu weit über 90 Prozent durch Automatismen reguliert. Das heißt, unser Kopf, der die ganze Zeit automatisch und dramatisch denkt und dann gerne in Worst-Case-Szenarien uns entsprechende Inhalte vor Augen führt. Diese ganzen automatisierten Gedanken sind letztlich das Groß, was unser Denken im Alltag bestimmt. Man kann sich dabei die Struktur so vorstellen. Unsere Gedanken formen unsere Worte, unsere Taten und unseren Charakter. Und unsere Gedanken sind letztlich in den meisten Fällen auch das, was unsere Gefühle stimuliert. Und wenn aber ein Großteil unserer Gedanken, unserer mentalen Erlebnisse, die wir haben, eigentlich aus dem Automatismus kommen, dann sollten wir auch mal überlegen, ob wir denen vertrauen sollten. Denn du hast ein anderes Ziel als dein Kopf. Dein Kopf denkt im Automatismus evolutiv bedingt eigentlich immer den Strukturen Energie sparen, Nahrung finden, Sexualität ausleben, Unsicherheiten abbauen, Sicherheiten aufbauen. Und unter dieser Konstruktion, du hast ja ein anderes Ziel. Du willst ja Freude, Glück, will aber dein Kopf nicht im Automatismus. Da existiert also häufig eine Art Verzerrung. Du möchtest gerne glücklich sein. Denn dein Kopf möchte im Automatismus aber eigentlich immer nur diese fünf Faktoren sicherstellen, was uns evolutiv auch große Vorteile gebracht hat. Aber wir haben diese Form von Verzerrung und dein Kopf will im Automatikmodus etwas anderes als du. Das bedeutet auch, dass weit über 90 Prozent aller Erlebnisse, die wir haben, die aus dem Automatismus herauskommen, uns letztlich in Richtungen steuern, die den Zielen unseres Kopfes entsprechen und nicht wirklich deinen Zielen entsprechen. Daher lautet aus meiner Sicht die Frage, sollten wir unseren Gefühlen vertrauen, die letztlich aber in der Regel auf automatisierten negativen Gedanken entstanden sind, wo wir diese Gedanken weder kontrolliert, überprüft, korrigiert oder auch limitiert haben. Und deshalb wäre mein Vorschlag, ihr solltet nicht versuchen, rundweg euren Gefühlen vertrauen zu können oder eurem Körper zu vertrauen. Ihr solltet lernen, die Gedanken, die ihr auf der mentalen Ebene erlebt, entsprechend auch mitzubekommen, einordnen zu können, woher die gerade kommen. Kommen sie aus dem Automatismus oder denkt ihr selber mal ein Stück weit? Und diese Präsenzen dann eben auch noch ein zweites Mal zu überdenken, um sicher zu sein, dass ihr eine gute Grundlage habt für Gefühle, auf die ihr dann vertrauen könnt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017